Achtung! Bevor ihr Dead Island 2 kauft, es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Um all die glorreichen Metzeleien in ihrer vollständigen Eleganz genießen zu können, greifen sicher viele von euch zur PEGI-Version des Spiels, statt zu unserer deutschen, von der USK gekürzten Fassung. Wenn ihr euch die PEGI PS4-Version holt, seid gewarnt, dass ihr sie im deutschen PlayStation Store nicht auf die PS5-Version upgraden könnt. Und zockt ihr schon Dead Island 2 oder habt's noch vor? Kommt auf unseren Discord-Server, dann können wir drüber quatschen.